Schmiedschmiedschmiedschmiedschmiedschmieds Hälber lässt sich schon nach drei Jahren scheiden, nur weil ihr glücklich sein möchtet? Ich will auch gerne glücklich sein. Scheiden tut weh. Es ist offiziell, wir sind Mitbewohner, aber diese Mutter auch in den Medien singen. Und ich kann nicht schwanger werden. Der neue Sitcom-Kracher am Comedy-Dienstag. Mit einer Familie, die dein Wohnzimmer so schnell nicht mehr verlassen wird. Jede einzelne Folge ist so. Und nun, eine spezielle Grammy-Klaboration mit einem Klassiker-Kracher-Kracher-Kracher-Kracher-Kracher-Kracher-Kracher. Phil Ramone, was produced and one of the artists who exploded this past year. Yeah, he's a great band. This group's first album, the Chicago Transit Authority, was such an influential record that this year has entered our Grammy Hall of Fame. Tonight, I'm going to blur the lines a little bit. By having this big band with this legendary horn section, joined by a talented man who earned his first three Grammy nominations this year, including record of the year. Now, does anybody really know what time it is? It's time for Chicago and Robin Fick! Ich weiße viel mehr so. Und Ich weiße viel mehr, es geht um mornings auf dem Weg. A man came up to me and asked him what the time was that was on my watch. What did you tell the word? And I said, oh yeah, 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 yeah. Does anybody really know what time it is? Does anybody care about time? So I can't imagine why. We all have time to survive. We're going to say, oh yeah, 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 yeah. We're going to say, oh yeah, yeah, yeah. I'm coming up with you. Doesn't matter where we are. We're going to say, oh yeah, that's all it matters to me. Now that's just what we will need. When we're together, I believe it's a move. I wish I could sing it to you. I wish I could sing it to you. Come on. Just clap your hands, boy. Just clap your hands, boy. In the name of love. In the name of love. Just clap your hands, boy. Come on. Just clap your hands, baby. Clap your hands, baby. Oh yeah. Here, I'm going to say you want. I'm going to sort of触 50 then. Ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh, 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 ich bin froh. Jetzt ist der in der Hülle weg. Ah ne, der startet er. Vergift sie 3 Sekunden. Und? Redstone. Ein Ender, der wir nah töten. Ja, der hat er eh ab. Sie ist weg ist er. Was hast du gekriegt? Klaasflaschen. Ich hab einen Redstone. Schneisen oder? Nein, hab ich gerade gekriegt von dem. Nicht so. Gänstuhl. 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 DadsastöSON. Suzuki mujer focusing auf Deutsch. Gänstuhl. Bass se physician gemacht. Gäst du meinen Job Kione ultrasound. Das war's. Das war's für heute. Ah, Marc. Ich brenne. Dann schau ich jetzt tot. Einen halben Herzen. Wir halten nichts in deiner Höhe, denkst du. Ich lebe noch, ich lebe noch. Dann war das gut. Ich habe mich gerade wieder zu... Ja, ich habe geguckt, ob da unten was ist, ob es lohnt. Und das lohnt sich, weil da ist ein Hexer unten. Lava und ein Ender. Neu, äh, ein Screeper. Ja, der ist jetzt ja her. Ja, beide, die Hexe und der Screeper. Und ich zum Glück nicht. Und der war älter. Oh, das habe ich jetzt mal da gelassen. Was war da? Eisen? Ja. Okay. Weil ich so halb tot war. Ja, der scheiß Lava. Ja. Ja. Das war's für heute. Das war's für heute. Ist es dunkel oder was? Ich denke, Sex ist ein nicht fixiertes Amortesphänomen, das man unnötig definieren kann. Dann kann ich mal lieber ein verdammtes Schiff. Der ist in Deutschland als Ausstrahlung über Freitags 22.25 im Sat.1 E-Mortions. Geht's ja durch dieses Ding jetzt? Hat jetzt einen Neuen. Und du? Willkommst ganz neue Einblicke. Das war's für heute. 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 Spoiler. Was ist da los? Hallo. Hallo. Wieso können Spinnen sind springen? Hörner. Weil die vielleicht Spinneswind. Die springen bis aufs Dach hoch. ... Ich ziehe! Ich ziehe! Du hast schon einen Blumenkopf gebaut. Den habe ich gefunden in dem Hexerhaus. Achso. Ich warte ihm. Oh! Oh! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020